Musik Barbara, du weißt, es ist der zweite Freitag im Montag und du weißt, was jetzt heute stattfindet. Aber selbstverständlich doch, die monatliche Wahl zum Lieblingslehrer. Tja, und ich würde sagen, ich habe dieses Jahr auf jeden Fall gute Karten. Und nicht hier der Fritz Fröhlich hier mit seiner lustigen und lockeren Art. So beliebt ist er bei den Schülern jetzt auch nicht. Also Barbara, bei aller Liebe, du kannst gerne Platz 2 nehmen, aber Platz 1 gehört natürlich Torben Tanner. Ich habe diesen Monat so viel Fußball spielen lassen in meiner Sportklasse, da müssen die eigentlich alle diesen Mal für mich stimmen. Weil ganz ehrlich, Fritz Fröhlich, der hat jetzt oft genug gewonnen. Es wird echt mal Zeit, dass der nicht mehr auf Platz 1 landet. Und ich glaube, die Ergebnisse, die müssten eigentlich auch jeden Moment eintrudeln auf dem Handy. Ach, guten Morgen, liebe Freunde. Ich war gerade an der Schulcafeterie und habe mir erst mal so ein frisches Kühlgetränk besorgt. Und dabei habe ich noch mit ein, zwei Schülern geplaudert. Und ach ja, das passt ja ziemlich gut, denn die diesjährige Lieblingslehrerwahl ist ja wieder dran. Und ach, die Ergebnisse habe ich hier. Und Freunde, was ihr gleich hören werdet, das wird euch, glaube ich, nicht so erfreuen. Ach, das klingt ja gar nicht gut. Das klingt, als hätte er wirklich erfreuliche Nachrichten. Da bin ich mal gespannt. Ja, Fritz, komm, setz dich und schieß los. Ja, das werde ich auch machen. Und die frohe Botschaft wird gleich verkündet, meine lieben Freunde. Was weiß der denn, was ich nicht weiß? Auf meinem Handy ist das noch nicht angekommen. Habe ich überhaupt Internet? Schlechter Empfang, na toll. Jetzt weiß ich nicht das Ergebnis und er scheinbar schon. Und so wie der jetzt gerade hier am Grinsen ist, wie blöde, wird der ja offensichtlich nicht auf jeden Fall den letzten Platz bekommen haben. Und wahrscheinlich jetzt auch nicht den zweiten oder dritten, sondern wahrscheinlich den ersten. Ja, also, Fritz, dann erzähl jetzt mal. Also, welcher Platz ist das denn jetzt bei dir? Ach, äh, ja, komm, Tom, lass mich doch erst mal ankommen. Lass mich doch erst mal mich hinsetzen und meine Sachen auspacken. Ähm, ja, warum ihr die Daten nicht habt, äh, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe vermutlich einfach das beste Internet. Denn, wie gesagt, der Fritz Fröhlich ist einfach modern. Ich glaube, das ist auch euer Problem. Ihr seid einfach nicht modern. Also, und, ich will ja nichts sagen, aber bei der Wahl, ach, oh, Junge, 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 dieser Abstand, äh, ist schon immens. Und da solltet ihr euch mal hinterfragen und, äh, langsam auch nachdenken, was ihr falsch macht. Weil so einen enormen Abstand, das kann nicht von ungefähr kommen. Ach, ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass ich TikTok nutze oder auf Instagram vertreten bin. Oder einfach nur ein cooler Lehrer bin, im Gegensatz zu euch. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass mein Unterricht ja tausendmal besser gestaltet ist als eurer. Du mit deinem ständigen Fußball in jeder Stunde. Nur weil du aus, dass du dann dadurch beliebter bist, bringt dir aber nichts. Und du, deine strenge Haltung ist anscheinend auch nicht so das Wahre. Also, das solltest du auch nochmal überdenken. Aber okay, jetzt raus mit der Sprache. Pritz Fröhlich hat 70% der Stimmen erhalten. Lucy Müller ist auf Platz 2 mit 20%. Und ihr beide zahlt euch den dritten Platz mit jeweils 5%. Also, Freunde, 5%? Dass ich nicht lache, dafür würde ich ja nicht mal aufstehen. Bitte was? Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Barbara, du hast was gehört. Du glaubst doch auch nicht, oder? Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich gucke mir das jetzt mal an. Das sind definitiv nicht die Ergebnisshorte. Komm, weißt du was? Du hattest jetzt einen Spaß. Du hast einen Witz gemacht. Aber jetzt zeig mir mal dein, die richtigen Ergebnisse. Zeig mir das, zeig mir das mal. Also, ich gucke mir das jetzt gerne mal an. 80% Torben, Tana. Danach, wenn der Name kommt, ist mir egal. So wird das 100% jetzt hier stehen. Torben, wenn du unbedingt deine Niederlage sehen möchtest, dort steht es schwarz auf weiß. Du musst es vor allem größer machen. Vielleicht ist da die Zahl irgendwie... Ja, kannst du ganz einfach rein, so mit zwei Fingern. Man sucht so rein, Torben, das ist dir vielleicht neu. Stimmt, 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 Stimmt. Sicherst du dein Handy? Äh, ja, wie auch immer, ähm, lassen wir das mal gut sein. Also, es kommt ja auch nicht darauf an, hier der beliebteste Lehrer zu sein, sondern es kommt immer noch darauf an, der beste Lehrer oder die beste Lehrerin zu sein, ne? Das ist ja nicht das Entscheidende hier von der Abstimmung gewesen. Da geht es natürlich nur darum, wer hier mit den Kids spielt und so ein Tralala halt, ne? So, darum geht es hier nicht. Und Fritz, komm mal ein bisschen runter und sei mal ein bisschen bescheiden, ne? Äh, ja, ganz genau. Hast du das gehört? Das fand ich übrigens auch. Da möchte ich mich anschließen. Diese Wahl zum beliebtesten Lehrer, für uns ist das nicht wichtig. Wir wissen, dass wir beliebt sind und ich wollte die eh nicht gewinnen, weil ich weiß, dass ich beliebt bin so. Das heißt, mir ist das auch egal. Und deswegen, du kannst jetzt auch mal schön ruhig sein und nicht die ganze Zeit damit angeben. Wir möchten jetzt hier zusammen einfach nur die Pause verbringen und dann war es das hier auch. Ja, gut, ihr habt beide recht. Also, ich muss eins sagen, äh, Barbara, natürlich gebe ich dir ja nicht recht. Es ist nicht die Wahl, äh, wer einfach nur mit den, äh, Schülern spielt. Na, dann würde ja dann Torben gewinnen, weil der spielt ja ständig Fußball. Es geht darum, wer der beliebteste Lehrer ist. Aber ihr habt recht. Ich sollte die Nase nicht zu weit oben haben. Ich sollte wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Ich bin doch auch bodenschönig, dafür bin ich auch bekannt. Und ihr habt recht. Die Wahl legen wir ad acta. Und ich würde sagen, ähm, ich gehe jetzt den Ausgaben nach, denn das sind ja auch meine Lehrerpflichten. Oh, Freunde, ihr glaubt gar nicht, was in meinem Englischbuch steht. Und zwar steht hier, Fritz Fröhlich hat die Lehrerball gewonnen und ist der beliebteste Lehrer auf der ganzen Schule. Und ihr beiden seid nicht so beliebt mit Fritz Fröhlich. Oh, Barbara, ganz ruhig. Ganz ruhig, denk dran, du bist vernünftig. Du regst dich jetzt nicht auf. Du lässt es einfach komplett an, an dir abprallen. Oh, das ist aber echt nervig. Ich kann da auch nicht nichts sagen, ne? Torben, 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 nervt dich der Fritz auch so? Ach, mir steht es echt bis hier, ne? Ich habe so eine Krabatte. Ich will ja nichts sagen, aber das ist echt, das, das... bringt mich zur Weißblut, ne? Frag mich mal, frag mich mal. Also dieser Typ. Fritz, weißt du was? Wenn ich dich in die Finger kriege, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem. Das sage ich dir. So wie du dich hier aufhörst, das ist wirklich, das geht überhaupt nicht. Ach, Tom, warum wirst du denn das so kranzig, mein Freund? Du musst auch ein guter Verlierer sein. Ich meine, vom Sport kennst du das ja auch. Manchmal belegt man nur den zweiten Platz oder in deinem Falle den letzten Platz, Torben. Aber ist ja auch egal, Torben. Du siehst ja, hier mein Getränk ist leer. Ich gehe mir mal eine Sieger-Apfelschorle oder vielleicht doch eine Cola holen. Ich weiß ja nicht. Ich bin gleich wieder da, meine Freunde. Tschüss, Leute, bis gleich. Der Sieger ist gleich zu weg. Ach, Torben, du denkst doch bestimmt auch das, was ich denke, oder? Also ich finde, wir sollten den Fritz fröhlich mal irgendwie eine Lektion erteilen. Also so geht das nicht. Der geht mir tierisch auf in den Nerven heute. Also da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Hast du da vielleicht schon eine Idee? Oh ja, da sagst du was. Und weißt du was? Ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee, wenn ich so daran denke, was wir so bei mir in der Schulzeit früher, also was heißt früher bei mir, ist das natürlich noch nicht so lange her, was wir da so gemacht haben. Da kommt mir eine Sache in den Sinn. Guck einfach zu und sehe, was ich tue. Freunde, da ist der Sieger wieder da. Mit einer Siegerapfelschorle. Die lasse ich mir auch schön gleich auf der Zunge zergehen. Das kürzt dich aber. Sag mal, Torben, was machst du denn da an der Wand? Sind das neue Dehnübungen oder was machst du da? Du siehst ja gar nicht gut aus. Ach, Fritz, nee, nee. Ich muss nur noch was an der Technik machen. Ich habe davon ja mehr Arme als du. Deswegen, ich muss ja noch ein bisschen was reparieren. Der Hausmeister, der hat das noch nicht gemacht. Ja gut, dann kümmere ich mal um die Technik. Sieht zwar aus, als würdest du davon nichts verstehen, aber ist dir auch egal. Aber lass dich davon nicht irritieren. Setz dich einfach hin. Ja, der Sieger setzt hier wieder hin. Uch, Fritz, was ist denn da passiert? Oh, mein Arm. Der Stuhl, der ist wohl wie von Geisterhand einfach weggefallen. Oh, das war aber blöd. Tom, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nichts mehr bewegen. Oh nein, ich glaube, ich habe in den Kopf gestoßen. Oh, huch. Ähm. Au, aua. War das nicht ein bisschen hart? Also dem... Mein Arm. Dem scheint es ja jetzt echt nicht gut zu gehen, ne? Oh, Himmels Willen. Oh, nee. Aua. Oh, mein. Oh, Himmels Willen, Fritz, ist alles in Ordnung? Nein, eben nicht. Also ich muss sagen, das hast du ja schon ein bisschen verdient, ne? So ist es ja nicht. Aber das, das scheint ja schon hier ernst zu sein, ja? Ja, natürlich. Der Lieblingslänger liegt auf dem Boden und kann sich nicht bewegen. Was tut denn weh? Alles? Alles. Ich habe mir den Kopf gestoßen. Ach, den Kopf auch noch. Ähm, okay. Keine Panik. Also es wird schon nicht so schlimm sein. Du musst ins Krankenhaus und so. Wirst jetzt wahrscheinlich nicht müssen. Doch, mach gleich. Ding, die Erregung ist los. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, oh Gott. Das wird schon wieder. Ich, ähm, ich, äh, ich rufe einen Krankenwagen, ja? Ja, wieso? Ich rufe einen Krankenwagen. Ist alles wieder gut? Ist alles gut? Wieso passiert das ständig dem Lieblingslehrer der Schule? Ach, guten Morgen, liebe Freunde. Ich war gerade an der Schulcafeterie und habe mir erst mal so ein frisches Kühlgetränk gekauft. Frisches Kühlgetränk. Und, ihr habt recht, die Wahl legen wir jetzt an Akte, nee, an Akta, sagt man das? Ad Akta? Ad Akta? Ad Akta? Ad Akta? Ad Akta. Genau, Adi. Entschuldigung. Äh, ja, ich würde sagen, die Wahl legen wir mal an Akta, nee, Ad Akta kann man auch. Die Wahl legen wir an... Also da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Hast du da vielleicht schon eine Idee? Sag es, sag den Spruch. Wir müssen ihm zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Wir müssen ihm zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Sehr gut. Der Locken. Aber, äh, lass dich davon nicht irritieren. Setzt dich ruhig, setzt dich ruhig hin. Setzt dich ruhig hin. Oh, 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 ich hab mir die Nase gebrochen. Das war's.